Strom statt Holzkohle hieß es für Grillweltmeister Oliver Sievers zum Showgrilltermin am Messestand der Stadtwerke Energie Jena Pösneck. Mit einem Elektrogrill, Bratwürsten und Fleisch ausgestattet, ging der Profi ans Werk. Ziel war ganz klar, eher skeptische Holzkohlegrillnutzer von dieser Art zu braten, zu überzeugen. Also normalerweise schmeckt man den Unterschied, auf welchem Grill man grillt, nicht unbedingt. Es ist ja so, dass der Geruch ist natürlich bei Kohle intensiver, weil bei Kohle ist halt der Effekt, das Fett oder die Marinade läuft mal in die Kohle rein und sorgt dafür, dass es überall gut riecht. Das habe ich beim Gasgrill weniger, aber beides funktioniert sehr gut und na Wurst ist im Endeffekt egal, wo die 250 Grad herkommen, ob die jetzt vom Gasgrill kommen oder vom Kohlegrill, das macht tatsächlich keinen großen Unterschied. Viele Messebesucher führte der Duft vom Grillgut auf dem Elektrogrill geradewegs zum Stand der Stadtwerke. Behutsam wurde immer wieder der Deckel gelüftet, um sich vom Bratergebnis zu überzeugen und das Fleisch zu wenden. Gespannte Blicke verfolgten dabei jeden Handgriff. In allen Bereichen, sei es geschmacklich oder optisch, stehe der Elektrogrill seine mit Holzkohle befeuerten Kollegen in nichts nach. Und vor allem da, wo Holzkohlegrills nicht genutzt werden dürfen, sei die mit Strom betriebene Variante eine echte Alternative. Sie können ihn überall einsetzen, auch dort, wo man nicht mit Holzkohle grillen darf, auch dort, wo man nicht mit anderen Brennmaterialien grillen darf. Ich denke jetzt zum Beispiel an Balkone, in Neubauwohnungen oder überhaupt in Mehrfamilienhäusern. Und das Ergebnis, was von dem Grill runterkommt, das ist wirklich super lecker. Er ist auch sehr sauber. Ich kann den anschließen. Zehn Minuten später kann ich grillen. Der ist sehr leicht einstellbar. Strom habe ich auch. Die Infrastruktur für Strom ist sehr gut. Habe ich auch fast überall. Man muss keinen Brennstoff mehr drum schleppen. Und der Brennstoff selber ist auch relativ günstig. Sobald ich keine Hitze mehr brauche, kann ich ausmachen. Und es ist keine Kohle, die noch verglüht oder irgendwie sowas. Und wenn man sagt, es macht aus, dann ist der Strom auch weg. Der Moment der Verkostung wurde sehnsüchtig erwartet. Schließlich geht bekanntlich der Überzeugung zunächst ein Geschmackstest voraus. Für alle, die auch zu Hause Bratwürste oder ein saftiges Stück Fleisch auf dem Grill zubereiten wollten, hatte Oliver Sievers hilfreiche Tipps parat. Also ich habe zwei Tipps habe ich. Egal ob Kohle oder Gas, der nächste Grill sollte auf jeden Fall einer mit Deckel sein, weil man da ungefähr zehnmal so viel drauf machen kann wie mit einem Grill ohne Deckel. Und der zweite Tipp ist, dass man sich auf jeden Fall einen Kernthermometer kauft. Das gibt es schon für ungefähr zehn Euro. Profigeräte kosten dann ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, für ungefähr zehn Euro, das sind schon brauchbare Sachen. Da sorgt man dafür, dass man sein Steak, sein Fleisch immer auf dem Gargrad hat, den man haben möchte. Zum Ende der Live-Grill-Vorführung am Elektrogrill schaute Oliver Sievers in zufriedene Gesichter. Fleisch und Würste waren auf den Punkt gegart. Und der amtierende Grillweltmeister hatte bewiesen, dass es beim Braten nicht immer Holzkohle sein muss.